UNTERTITELUNG 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 Meine Eltern machen das seit 20 Jahren, seitdem ich auf der Welt bin. Ein Familienbetrieb. Er sagt, kommt Krieg, Lydia. Ich habe gesagt, nein, Gott ist es. Ich habe nicht gedacht, dass die Krieg in Ex-Jugoslawien. Ich habe nie gedacht. 23 Jahre bin ich hier. Da haben wir immer gesagt, fahr mal nach Hause in Bosnien. Jetzt ist es umgekehrt. Wenn ich eine Woche in Bosnien bin, dann sage ich, fahr mal nach Hause. Das heißt, Sandburg. Der Köln Er ist ein Vielen Dank.